Leute, 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 um Dampfhierlex zu entwickeln, den da, ja, ich bin gerade dabei, ihn zu entwickeln, braucht ihr folgendes. Ihr müsst die Attacke, ich zeige euch mal diese Attacke, Barrierenstoß müsst ihr in Tempolimit 20 mal auslösen. Das heißt, sucht euch leichte Gegner und das hier, das erste Barrierenstoß auf Tempo umändern und das dann 20 mal machen. Okay, Vorführeffekt, ihr zeigt das natürlich nicht. Er muss das ausführen, weil sonst zählt das nicht. Typisch, man kennt es ja, ne, Vorführeffekt. Auf jeden Fall, genau so muss es kommen. Da muss stehen Tempotechnik und dann müsst ihr das 20 mal ausführen, um dann eben diese Entwicklung zu machen. Das Wichtige dabei ist, dass ihr, ähm, ich kann euch das mal ganz kurz zeigen, dass ihr Barrierenstoß erst bekommt, wenn Dampfhierlex, ich weiß nicht, wie man das genau ausspricht, auf Level 21 ist. Und diese Attacke, Barrierenstoß, ähm, habt ihr gemeistert automatisch, wenn ihr Level 31 mit Dampfhierlex seid. So, in diesem Sinne hoffe ich, dass ich euch geholfen habe und wir schauen uns mal seine Entwicklung an. Los geht es. Boah, sieht das einfach krank aus. Oder Leute, das sieht doch genial aus. So, da haben wir ihn dann auch schon. Und er sollte eine neue Attacke gelernt haben. Hm, ne. Sieht genial aus, wie ich finde. Übrigens, starke Pokémon bekommt ihr immer in so einer Zeitzone. Falls ihr ein Tutorial darüber haben wollt, kann ich auch machen. In diesem Sinne sage ich erstmal wieder Tschüss.